Ähm, ich bin gerade etwas überrascht, äh, ich hab gerade nachgeguckt, lol, steht, ich hätte 226 Kommentare, äh, das stimmt aber nicht, scheint ein YouTube-Bug zu sein, weil, ihr seht, selbst, nix Neues, äh, äh, ich kann auch mal auf YouTube gehen, oh, jetzt ist es weg, äh, lol, ich wollte euch das nur einmal kurz zeigen, äh, bis dahin, ciao.